wieso wie komm ich denn jetzt hier hoch wie viel geht ihr noch 50 habe ich auf keine muni mehr warte muni gebe ich dir hier dann hoffen wir mal dass tara den dann tötet sondern du dich töten lässt ach komm schon ne ich treff ihn nicht ah jetzt treff ich 10 ja da oben will den finishen da oben der arsch ihr könnt ihr könnt das heißt ich habe jetzt noch zwei boogie booms ah ja warte mal ich muss ja einen pömpeln ja hier unten hinter dir tara ist auch noch ich habe einen auf den schultern ich habe ja noch hier ich habe keine doppel dass du hast keine ich dachte du hast eine ich wollte nur nicht sagen ich dachte du hast doppel für mich deswegen ich dachte du brauchst aus dem schaden ich habe zwei verschiedene punkten momentan nur die doppel halten also potenziell müsste hier aber noch einer leben äh gegner vor uns also gut ach von dahinten dann noch einer ach komm das freudige finishen mich nicht was ach man meine fresse nein ach man boah ist das eine räudige rotflinte einer einer zwei oh Tara nicht im weg stehen 3 down ich habe keine Stimpermone mehr Zipone bei mir direkt Zipone bei mir direkt Zipone down oh Tara Krone ach guck mal hier unten ha noch mehr Krone yay und Waffen und Muni und alles was wir so brauchen äh Gegner, 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 Gegner ein kleiner Dschungel kommt demnächst wieder wir haben ja jetzt wir haben ja jetzt jede Woche haben wir ja äh ein Season Update quasi hier unten ist noch ein der Woche hat sich aber die Map nicht verändert oder nicht doch nicht 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 viel halt insgesamt ein Team oben auf dem Berg sind die anderen einer kommt in der Seilbahn einer kommt in der Seilbahn wir haben umgegangen gedaunt wir müssen hier noch rumkriechen wir müssen hier noch aufgeben hm jetzt noch einer ja 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 Ago hinter dir Hinter dir down So Guck mal, sie kriechen gerade und sind alle drei gerade in Reihe Da ist noch einer Boah, ich liebe dies gar Irgendeiner hat ihn auf jeden Fall Komm, holen die Ich spiel's extra nicht Oh Okay, jetzt hat mir aber jemand ganz freundlich meine Käse Da ist noch einer, der ist runtergeflossen So Ah, wir werden immer mehr ok von rechts ist auch noch genau ich werde von rechts beschossen der ist One-Shot Lago hinter dir ah fuck hinter mir auch noch nein ach leg mich doch wo kam der denn her taktische Maschinenpistole die ist noch hey nicht weglaufen komm zu mir mein Freund meinst du wir kriegen das hin ohne die zu töten mit Lara? ich schieß gerade nur Blue-Life runter der ist jetzt One der hier ist One der ist auch One nicht auf den schwarzen der war schon ich hab nicht geschossen ich hab geschossen ok hier ist noch einer der ist One oh dann schieße ich mir nicht mehr drauf da hinter dir ja kannst du den mal töten weil wir springen krach ach da oh da sind noch welche da kommen noch welche da kommen noch welche im Haus am Haus hier unten ist auch einer erstmal nachladen dann nach nach der stirbt oh doch nicht ah sorry der ist down der ist One der läuft weg der ist One der hat 70 Damage ich mach nur seine Watt ne der ist nur der zu sein scheiße aber hier ist trotzdem noch im Haus ist aber noch jemand oh ich hab keine Mundi mehr ja da ruhig ich auch wenig da sind zwei im Haus pass auf der unten Vorsicht im Keller der ist One shot einer der andere ist auch der andere ist auch sehr schön darf ich die Mundi ah Entschuldigung was welche welche Mundi zum Gewehr ja ja ah tut meine Frau sterbt jetzt natürlich halt das ist unwahrscheinlich dass sie das tut aber ich hab keine Ahnung wo der andere hin ist hatte noch einen down danke ist fertig nein mir fehlen also ja hier ist noch einer oh der rennt weg 50 50 50 zu schaffen ja bist du gleich ah der hat mir ein Slipper gebracht sehr schön nur noch down ich bin fertig ich bin fertig ich bin fertig mit 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 Ich hab mich erst mal hinterm Stein verschreckt, weil jetzt sonst mir vorher schockt. Einer ist Shieldbreak. 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 Äh, hinter mir Schüsse? Irgendwas schießt von hinten auf Mil... 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 Warum hilft mir denn keiner? Ich helfe dir doch. Ich habe... Ganzes Team hier. Oh, oh... with it. Oh, oh. Oh, oh. Wow, ich habe schon viel zu ver. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. ich möchte an der stelle aber wenigstens aber ein handy einer dauern einer rennt weg ich habe keine moni mehr steigt mal in die kanone schichten nicht ohne schießen also in den sturm oder die zukünftige zone in die zukünftige zone schießt ich verstecke nicht, ob ihr da seid man kann gar nicht den hängelgleiter benutzen, man muss wirklich so als kugel landen ja das ist irgendwie cool du kannst dich jetzt nur selbst nicht abfeuern doch doch sind wir hier nicht vorhin gestorben was ist der Staurad und den Gegner? chuck chuck hol oh meine Dreck-Tür ist jetzt nein natürlich nicht auf einmal aus schaue die die rein das die 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 sie hier Pfff. Ich werde das... Alter! Sonsi, das war jetzt nicht okay. Danke. Oh, danke viel! Äh, Drago? Ja. Ich fühl grad, dass dir so ein bisschen Deben fehlt. Hm? Danke, so. Okay. Ja. Ihr tanzt doch hier nur wegen dem Schild, oder? Ja. Ja. Mir fällt grad auf. Ich sollte mir mal noch so das eine oder andere an Munition besorgen. Ja, es lag aber auch bisher nicht viel rum in dich gesorgt. Ich mein so mit, äh... Jo. 68 Schuss. Komm ich nicht rein. Willst du mich nie mal abschießen? Nö, warum? Lauft ihr jetzt ernsthaft mit der Kanone durch die Gegend, oder was? Ich sitze in der Kanone und er will mich nicht abschießen, ja. Okay. Was hat der... Reden auch, oder was? Eine Hinterfrage ist gar nicht, erst warum. Er ist ein Roman, er will sich nicht von mir treffen. Eklig. Oh, das ging jetzt schnell. Das war sie selber. Aber genau das hatte ich auch vor. Gesundheit. Gesundheit. Äh, Schüsse? Gegner, ja. Ja, meiner. Der auf mich schießt. Nein. Er war nur down. Zum Schreiben. In der... Was ist denn der Wichse, der ist nicht fies? Da, ne. Er ist one. Wo denn? Was denn? Wer denn? Hier, da sind doch nur... In der Ehe, runter. Das nennst du also nur beobachten? Halt, stopp! Der hat mich als erstes gesehen, ich konnte nichts dafür. Wir haben halt gar nichts am Militieren dabei. Da ist noch einer. Da war einer. Und da wurde? Seht ihr, ich hab's doch überlebt. Mhm. Oh, dankeschön Gegner. Ich hab den Berg drauf geflogen. Gegner vor uns. One. Was ist denn auf der Heaps da nicht möglich? Wow. 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 ... ... War gut. Hier liegt ein Glut. Ich war grad neben dir. Danke. Schön. Und hinter uns kommen auch noch vier Wanderen. Oh. Ich weiß nicht, ob die einer von euch spielt. Äh, was ist das? Nö, ich lasse die mal weg. Da sind ein paar Gegner noch. Der untere ist Bon. Der weiße ist weiß. Ich habe meine Kills. Tara, brauchst du die Runde noch Kills? Wenn ja, hier ist noch eine. Ach ja, okay. Also darf ich jetzt, ja? Ja. Ja. Gut. Ja. Auf dem Dach, auf dem Dach. Ja. 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 Wir sollten nochmal zu Lanze rüber gehen, wenn sie es meckert hat, gleich wieder, dass wir das Urgang von verstorben müssen, die ganz woanders waren. Ja. Ja. Einer ist down. Also ich habe hier auf jeden Fall ein Team. Ja, wir kommen. Wir sind schon auf dem Weg. Oh, der Raketenwetter ist ja mal richtig schleißer. Wir haben mit den mehreren Aufladungen. Ja. 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 da laufen noch zwei ja vom berg ja hinter uns ja ist klar kommen du triffst auf jeden schuss wo ich glaube ist klar auf wen oder was schießt du da hinten ist noch ein team jetzt sehe ich es auch ja wir haben hier bei uns klaus ein gegner gedauht hat deswegen war ich ja ich weiß weil wir das gerade dreimal gesagt haben und ich habe eben mehrmals gesagt dass da hinten welche sind und du hast nicht aufgepasst deswegen ach komm ey was ist mit den waffen los meine fresse hast du den getötet trage oder ist abgehauen nee 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 die ist abgehauen ich wollte mich jetzt nicht mit 30 leben direkt wieder töten ehrlich gesagt so so Wenn ihr dich beeilt, einer wird gerade revived hier, der ist dann One-Shot. Links ist... Links... Schieß, schieß, schieß! Schieß, schieß! Okay. Pass auf, hinter dir kommt die Zone. Ha! Ich muss mal kurz gucken, was hier hinter mir abgeht. Das ist so viel geballert. Auch immer noch da unten. Oh, Sniper ist vorne. Ja, war klar. Der Sniper kämmt hinten alles ab. Und der Sniper bliegt unten am Wasser. Ja. Ich glaube, es ist keine Zeit oder keine Lust hier zu suchen. Genau im Schussfeld. Oh! Sehr schön, dass du doch auch einer. Ja. Schock, schock nehmen. Könnte den anderen mitnehmen. Ja, mach, mach. CC, da oben. Der ist low. Alter, das ist ein richtiger Brot, ey. Einastorn. Ja, natürlich. Das funktioniert einfach nicht. Einer One-Shot. Einer snipet auf mich. Low. Oh, fuck. Einer down. Ich weiß nicht, wie du so da hochgekommen bist. Ich habe keine Möglichkeit, da aufzukommen. Alles gut. Wo bist du? Der kommt jetzt hier hinter dem Hügelglasch vor. Ah, ne, der ist im Wasser. Was ist das für ein Idiot? Ich bin da hochgekommen, der ist vollshot. Schieß, schieß, schieß. Hast du keine andere Waffe? Bitte. Alter. Einer down. Ich habe auch einen down. Ah, und einen, der auf mich schießt. Hey, hier im Haus ist jemand. Ah, und einen, der auf mich schießt. 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 Ah, und einen, der auf mich schießt.